dunkle grüße liebe leute willkommen zurück zu scorn heute hoffen wir mal einfach dass das ganze nicht so lag wie am letzten mal das war nämlich extrem und vor allem auch extrem daneben aber ich habe irgendwie ein besseres gefühl jetzt nachdem ich ja zuletzt erst final fantasy 7 remake aus spaß und freude nebenbei gestreamt habe ja nicht aufgenommen habe apropos aufnahme aufnahme ist aktiviert normal dunkle grüße für die jetzt zuschaltenden leute so dieser stream sollte hoffentlich ein bisschen flüssiger laufen ich bin gespannt so oder so es ist noch nicht ganz dunkel draußen ich weiß 17 uhr vielleicht noch ein bisschen früh so früh im jahreskalender vergleichsweise aber was soll's wir probieren es einfach mal aus gucken wie lange und ob das ganze hier durchhält zumindest habe jetzt auch oben meine ressourcen monitor angestellt und zumindest sieht es da ziemlich gut aus aktuell mal gucken ob es dabei bleibt und jetzt wollen wir uns mal vorwagen hier in der verlassenen einöde in scorn außerhalb des vermeintlichen mutterschiffes der mutter struktur der großen wallachai was auch immer das da war keine ahnung wir gehen weiter und hoffen dass wir uns einigermaßen zurecht finden eine waffe wäre ganz nett ich habe glaube ich ja genau ich habe meinen sowohl meine waffe meine art hammer als auch meinen komischen spritzen generator bio schock dings blablub verloren und kann keine geräte mehr bedienen da müsste was neues passieren aber zumindest rein vom körperbau ist das doch ziemlich menschliche wesen hier wobei nein diese halskrause sollen das knochen sein wenn ja das ist schon mal nicht menschlich gut ich meine klar sieht das generell nicht so menschlich aus aber die generelle physis stimmt ja überein nur dieser schulterknochen kam der ist eindeutig individuell und vielleicht nicht ganz menschlich aber wir können ja auch eine rasse von mutanten sein wer weiß das schon so genau ich jedenfalls nicht noch nicht da es bisher im spiel auch noch überhaupt keine hinweise auf irgendwas gab zur story als auch irgendwelche hinweise zu irgendeiner art text ich lesen könnte irgendwie irgendwas was auf irgendwas hindeutet habe ich das gefühl das ganze hier bleibt bis zum ende ein mysterium und das einzige was wir halbwegs sagen können ist dass wir hier raus wollen oder eine gegend wo es ein bisschen feierlicher vielleicht was vorgeht und 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 sich die leute freuen und spaß haben all die schönen dinge des lebens genießen gas geben ich glaube ich in der sackgasse doch ein hügel um ihn hoch runter zu laufen und wieder unten anzukommen sehr schön so ja eigentlich wäre es schon sinnvoll mich ein bisschen zu beeilen denn bei nur knapp zwei stunden stream ich muss ja gucken dass ich irgendwie in speicherhafte regionen vordringen um nicht alles wieder von vorn machen zumindest beim nächsten mal naja das wird sich zeigen aber wenn das hier noch weiter so läuft auf dune dann dann ja ist das hier eine sehr einödige einöde ist ja gar nichts los spannend bis zum erbrechen hier der hat bereits verbrochen und hat sich dabei selbst gebrochen einfach umgeklappt ist der gute mann ich wollte sagen das sind fliegen was eher eine art staub also doch kein zeichen keine form von leben schade ich hätte gern ein paar freunde gemacht hier im spiel ich hatte neulich einen freund aber den habe ich dann irgendwie geopfert um weiter zu kommen also was wir typen spielen wir scheinen einigermaßen egoistisch zu sein noch das eigene wohl bedacht und nein auch jetzt hier weiter ich glaube schon hat sich da gerade was bewegt weiter machen weiter ist gut ich komme nicht weiter äh ich weiß auch nicht ob ich hier lang muss weil es geht hier nicht lang aber zurück kann ich jetzt auch nicht mehr ich glaube ich habe mich gerade hier reingepackt ich komme gerade nicht mehr zurück ich glaube da oben war noch ein weg den ich jetzt nicht gehen kann weil ich hier nicht zurückkomme äh ok jetzt haben wir es aber ja 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 da ist noch mehr wüste toll super richtig oh ein kleines knoppen stargate ok auch in ordnung hey guter mann copy und paste modelle hier nein was solls ich würde gern dieses schleimig eklige zeug erkunden aber ich darf nicht naja ich bin ja kummer gewohnt also weiter im text ziemlich um links und rechts wohl wissend oder wohl ahnend dass ich eh bloß gerade ausgehen kann aber wer weiß verpasst ja irgendwas audiovisuell beeindruckendes wenn ich da meinen blick abwende ja das könnten massengräber sein oder auch einfach nicht auf jeden Fall komme ich da lang und hier links scheinbar nicht da scheint aber eine weitere struktur zu sein irgendein gebäude aber definitiv außer reichweite naja ok ich trau mal dem knochen stargate der wird schon wissen wo es mich hinschickt fühle mich auch voll sicher hier tue ich wirklich ist ja nichts los tja oh auf einmal struktur die Ebene noch so weit weg war nichts anderes kann man sagen da komme ich aber schon eher ran das scheint langsam aber sicher zu staub zu zerfallen aber ich glaube das ist hier bei allem so im spiel gerade zumindest auf der Ebene wo ich mich befinde jetzt glaube ich wieder mal quasi zurück nur den parallel weg aber nur bis ja ok gut komme ich nicht allzu weit ich muss bestimmt da drüben immer so unauffällig auffällig wirkt könnt ihr mir doch das vorstellen das war eine lang lang langjährige let's play und generell gamer erfahrung ja ja die ist selten trügerisch selten heißt nicht nie das haben wir schönes gar nichts toll ein fleck toll echt das ist wahnsinnig komme ich hier übergesprungen natürlich nicht oh also einen kleinen hopser machen das fehlt mir doch in dem spiel das hat irgendwie ich weiß nicht irgendwie fehlt es einfach ok ich musste doch nicht hin war ja klar aber dahinter vielleicht schon eher aber vielleicht kann ich trotzdem zumindest gucken was das hier sein könnte ja ich habe keinen Plan ich habe da was gehört war wahrscheinlich der Wind und guck einen an ich nehme schon sieben Minuten auf mit Stream und es läuft flüssig wie mein Mutti Tobir sagt schön dabei darf es gerne bleiben so jetzt aber weiter im Text aber nicht dort lang also ich hange mich weiter an dieser schlossartigen Burgstruktur entlang guck mal das zerfällt auf jeden Fall definitiv oder was das letzte bisschen Lebensenergie wird irgendwie abgezogen das fliegt aber auch alles verdächtig in diese Richtung oder ja ich glaube schon ob das davon angezogen wird also ich meine jetzt diese große Struktur aus der ich scheinbar rauskomme wo ich scheinbar meinen ersten Abschnitt des Levels des Spiels verbracht habe ob das eine Art Parasit ist das alles aufsaugt was drumherum an Leben und naja ich nehme an organisch als auch anorganisches Material ich bin mir nicht ganz sicher bei den Strukturen ob die organisch sind nach wie vor sie wirken ja schon ein wenig so jeweils scheint das alles drumherum abzusaugen und so ähnlich wie die Replikatorin in Stargate würde ich mal behaupten sammelt Material doch ich denke ich komme hier demnächst rein mit demnächst mal nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten oder so aber ich lasse es mir natürlich nicht nehmen und gucke hier zumindest mal rein sieht fast aus wie ein Eingang da unten oder ein Ausgang je nachdem ja toll der gleiche Weg nur oben lang und da war kein Weg ist egal ist egal wir gehen weiter alles gut noch ist nicht aller Tage Abend meine jungen Damen und Herren da draußen vor der Glotze doch schlägt alles darüber es wird eindeutig angesogen von irgendwas ob das nun die Struktur selbst oder irgendwas was da drin ist aber es wird von dort aus angezogen gut ich gehe jetzt von Gravitation aus wie wir sie auf der Erde kennen aber ich gehe auch davon aus dass die Gravitation überall mehr oder weniger gleich funktioniert und und auch in Fantasy Sci-Fi Horror irgendwas spielen denke ich dass sie im Wesentlichen so funktioniert andererseits gut Sci-Fi und Anomalien sowas gibt es ja auch immer wieder mal wer weiß schon so genau hier kann ich nichts machen da ist ein Eingang hier ist Schutt ja dann gehen wir mal in das vertrauensvoll wirkende Gebäude mit dem großen Eingang der überhaupt nicht so wirkt als würde er mich einsaugen wollen oder mich anlocken und verschlingen und böse Dinge tun nein ich vertraue dem Spiel denn bisher zugegebenerweise haben wir nicht viel Schaden genommen also ich glaube ein kleiner Vertrauensvorschuss ist angebracht ganz klein dennoch kommt es mir gerade echt nur vor wie ein Walking Simulator so a la Dear Esther oder What Remains of Ida Finch hattet ihr auch Let's Played oder wenn ich mich nicht täusche ja das habe ich Let's Played ich überlege gerade ob ich es Let's Played habe oder für mich gespielt aber ich habe What Remains of Ida Finch selbst was hat gerade im Spiel selbst gespielt Let's Played es bleibt dabei die Richtung ist die gleiche schon auffällig für mein Adlerauge dieses hier das ist nicht so gut warte andersrum ja ja haben wir gutes Adlerauge naja nichts weiter nichts weiter ja dann gehe ich mal diesen einen offensichtlichen Gang entlang und wisst ihr was lustig ist der Stream scheint anzufangen ein bisschen zu hacken schön ja und ich habe schwierige Nachladung das ist ja richtig awesome was ich jetzt wirklich sehr irritierend finde denn ich habe ja jetzt den Monitor ich sehe ja das Ressourcenmanagement meines Spiels meines Computers und das ist gerade bei nicht mal 70% Auslastung in irgendeinem Bereich weder CPU noch Arbeitsspeicher noch GPU und trotzdem hängt der Stream wieder hinterher das gibt es doch gar nicht da werde ich langsam ein bisschen sauer muss ich sagen wobei ich habe jetzt inzwischen Erfahrung gebracht dass ich auch mal nicht da einzige war toll da passiert zum ersten Mal was im Spiel und ihr könnt es sicherlich sehen weil es nicht flüssig läuft jedenfalls scheine ich nicht der einzige zu sein der mit Lecks zu kämpfen hatte die Tage also auch etwas größere Streamer hatten das wohl gehabt also vielleicht liegt es dann doch tatsächlich und ausschließlich an Twitch wer weiß wer weiß komme ich hier durch aktivieren der Stream scheint sich wieder einigermaßen gefangen zu haben immerhin da oben äh ja ok läuft ich gehe natürlich jetzt genau dem Feind entgegen in der Hoffnung mir mit bloßer Faust abzuwehren wenn er mich angreifen sollte ich könnte das mein Ingame ich da bin ich mir nicht ganz sicher naja hilft ja alles nichts kratz 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 welche Gefahren lauern noch auf uns gut ich habe eine Gefahr gerade gesehen war so eine halbe rhetorische Frage ich frage mich außerdem gerade nur aus Spaß nach Freude ne ich bin natürlich noch kein Kapitel weiter war ja auch nicht zu erwarten aber ich bin jetzt schon lange gelaufen und habe ja auch entsprechend kontinuierlich Fortschritte gemacht na zeig dich Feigling kann ich auch wo jetzt also bin ich ja theoretisch dem Kapitelende auch entsprechend weitergekommen nicht wahr hm der klopft ein bisschen gegen die Wand ähm aber ich muss da scheinbar lang ja hau bloß ab du äh der sah weit größer aus als er es hätte durchpassen können vielleicht ist er was Katzenartiges Katzenmutant Kopf passt durch das heißt alles andere passt auch wer weiß ich bin neu hier in Scorn ich kenne mich noch nicht so aus Gedächtnisverlust und so ich glaube diese Schachte die transportieren den Sound die Geräusche sehr gut weiter ja war bestimmt ganz weit weg oder auch nicht jetzt sagt es übrigens gerade ingame ein klein bisschen schön rot aber der Stream läuft dennoch halbwegs flüssig da bin ich doch recht froh nach naja 15 Minuten das ist doch keine große Aufnahmezeit ich hatte ja auch nicht verdacht dass es einfach nur daran lag dass ich einfach zu lange aufgenommen habe und das deswegen anfingen zu stottern weil mein PC dann doch wie ich wollte oder sowas aber bei 15 Minuten bloß und bla ich weiß nicht ich kann nichts damit machen also muss ich hier wohl zuerst oder mir fehlt da irgendwas entsprechendes gut mir fehlt wahrscheinlich sowieso generell wieder so eine Schnittstelle die ich in meinem Körper pflanzen muss oder habe ich ja aktuell nicht mehr was magst du sein sieht ja fast schon ein bisschen herzartig aus da oben so paar Aorta Stränge aber ein ulkiges Herz aber das Ganze ist ja wie gesagt eine recht organische Struktur also wer weiß das mögen alles eigentlich riesige lebende Organismen sein und da mag das Herz so mal komisch andersartig und riesengroß aussehen du weißt ja gleicherweise zum Rest des Ganzen hier wohl nicht so groß ist was meine Relation so eine Menschenkörper nimmt ja wer da voll hell hier toll das sieht doch schon verdächtig ähnlich aus wie in dem ersten Areal gerade teilweise aber gut machen wir weiter ich habe nach wie vor nur einen Weg da liegt ein Kumpel von mir hey oh ich kann ihn sogar irgendwie aktivieren hey Edgar wie geht's ich glaube Edgar geht's nicht so gut ist meine Gamer Intuition willst du Waffe oder sowas muss ich es da reintun äh 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 ich sogar selbst okay warte jetzt klicken aktivieren äh okay äh 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 alles klar ja ein schlechtes System dahinter Gott ja das erwartet mal ein bisschen länger bei mir das wisst ihr doch das wisst ihr aha der zeigt von Pferden bereits an ich komme da nicht rein schön warum diese Dinge überhaupt angezeigt werden ist ja auch mysteriös weil den Teil in Part 1 des Spiels hatte ich ja zwei oder sogar drei Türen die konnte ich ja bis zum Ende nicht öffnen jetzt bin ich draußen und komme auch nicht rein quasi und auch hier ist ein Gerät zum rausschaben der Kreatur war ja letztendlich völlig überflüssig und da hab ich schon überlegt ich wäre drinnen inzwischen und bin ich jetzt in einer anderen Struktur die muss so ähnlich aussieht ähm da da frage ich mich jedenfalls ob ich vielleicht da oben dreht sich irgendwas könnte ein Ventilator sein toll dann riecht es hier auch so gut schön Abluft ob man vielleicht alternative Lösungsstränge hat weil ich den dann vielleicht auf eine andere Art und Weise befreien können und dann wäre naja was anderes passiert das glaube ich eigentlich nicht das war einer das sieht aus wie ein Türstellungsmechanismus jedenfalls das gleiche Symbol mit dem gleichen Lämpchen nein nein bleib ich war zu langsam obwohl ich muss das kann ich machen ich komme da links jetzt lang ich bin mal wieder im Braten was ich hier überhaupt machen soll ja aufhören Abbruch darf ich bitte lass mich schnell da lang hab ich mich angestupst oder ich mache einfach diesen hier ich hab die Lift mitgerufen hallo Lift schön dass du da bist ich hab das lange noch nicht gesehen ich freu mich tja aber wieder mal ein merkwürdiger Apparat den ich offenbar noch nicht zur Gänze nutzen kann aber ich hab zumindest den Weg frei gemacht also nach oben fahren könnte ja schon ausreichen das da soll mich wieder mal bloß ablecken von der eigenen Sache weil das scheint hier auch der Walterfall zu sein wie eben schon erwähnt einige Dinge erscheinen einfach komplett ohne Funktion zu haben wahrscheinlich auch einfach in der Intention den Spieler damit in die Falle zu locken und so zu irritieren von der richtigen Fahrt abzubringen und da ist hier das Vieh schon wieder eindeutig keine Katze nicht wirklich ich meine ich hab drei stücke ich weiß wie die aussehen ich glaub das das ist es nicht nein 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 so sehen sie nicht aus knisterknirsch ich muss wohl rechts lang ah es heißt wir gehen links ja gut ich hab ja schon was geschafft ich nur mal ganz kurz gucken weil ich so neugierig bin nein doch Tatsache Akt 2 Part 2 wir haben also was erreicht das war aber auch diesmal kein schweres Rätsel also da hab ich bei Akt 1 Part 1 deutlich länger gesessen aufgrund vor lauter Überlegungen was ich tun soll wie ich es tun soll was ich machen musste war ja halbwegs klar aber das Vieh war so ein großes dickes Mysterium so jetzt mal schauen äh achso ich muss verwenden ah cool ich hab mir ekligen ekelhaften Gang gebaut eine Flugzeugschleuse hier das ist einer von zwei wegen ich versuche es mal zu merken denn ich muss vielleicht zurück vielleicht auch nicht ich kann mir vorstellen es gibt nur einen richtigen warte war ich hier schon oder da komme ich gerade her nein ich fahre hier noch nicht denke ich das sieht ja so ähnlich aus alles ich weiß es gibt es ja vielleicht nur einen richtigen Weg den ich wählen muss und das fahre der richtige automatisch beim Glück eigentlich nicht auch das ist meine langjährige Gamer-Erfahrung aber wer weiß ja genau alle ich brauche ein neues wusste ich es doch so schlau war ich bereits am Anfang von Mark 2 ab hier kann ich hier was schönes rumpuzzeln oh achso ich wollte gerade sagen hier war ich doch schon gewesen aber ach ich muss ihn fangen ah toll jetzt müsst ihr hier auftauchen oder nein noch nicht ganz eine Runde noch verdammt ich habe noch verdammt 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 ich bin hier nicht ich muss ja wohl darauf achten wann er auch da ist es gewesen gerade denn er einrastet also er muss hier einrasten dann habe ich ihn woanders rastet den Überlappen so oh da drüben schönes Rätsel na komm schon da drüben dreh dich dreh dich dreh dich jetzt haben wir dich das Rätsel ist ja per se nicht schlimm oder so aber es ist irgendwie ein bisschen nervig vor allem weil es eigentlich so einfach ist von der Idee her aber ein zeitlich so fesselt an dieses eine Gerät so unnötig ach guck mal das ist das Ding was ist das überhaupt ich meine es leuchtet genauso sieht so ähnlich aus aber ich habe es bisher bloß von unten gesehen aber es wird das schon sein egal was habe ich jetzt eigentlich bewirkt nichts ich bin zumindest nicht geimpft worden und na guck mal dass ich da wirklich gemacht habe ne doch nicht da komme ich durch da drüben mal hingemachen ja bleibt dabei schon klar ich wollte doch mal testen wieder irgendwelche fliegenden Fetzen Partikel Dinger irgendwas bla dieses Spiel verwirrt mich einfach bloß achso aber das ist jetzt hier achso okay ich kam von da muss ich hier umdenken ich weiß ja hat sich auch mal wieder zurückgefahren das ganze war ich gerade so irritiert okay ja muss man auch erst mal wissen der könnte doch lebendig sein 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 augen sind der 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 ist tot gut ich komme mich also auch nicht lang war nicht gemeint aber äh klick toll ich habe irgendwas erreicht aber bei diesem weg den ich noch nicht gegangen bin komme ich dann trotzdem nicht weiter oder irgendwo hin zumindest hatte ich insofern recht dass es offenbar bloß einen von zwei Wegen gab der mich weiterbringt es sei denn ich habe jetzt diesen zweiten weg quasi verschüttet aber glaube ich eigentlich nicht aber gibt es aber drei Wege ah warte kurz ich konnte glaube ich gar nicht den Weg von ihm gerade an wählen also den Zug ja den ich anwählen konnte wohl nicht denn das scheint der zu sein ich habe jetzt ich kam von dort denke ich habe den genommen und den aber nicht gesehen das ist gleich der nächste das kommt hin da ich weiß ich jetzt von hier aus den ganz linken wählen kann doch kann ich auch ok dann komme ich da hoffentlich weiter und hoffentlich ohne diese komische Dämonenkatze über den Weg zu laufen das muss vielleicht nicht sein da muss ich aber nicht durchlaufen oder denn es gibt ja ein Muster auf dem Bar dass man durchkommt aber ich will es eigentlich nicht äh was ist ein laux aber high fake Arnold äh was ist ein laux erörter mir das mal boah ich will ja nicht durchlaufen das geht doch schief ihr seht ja das tut irgendeiner spalt auf wenn ich das schaffe das langsamer laufen zu lassen dann ja ein disco pumper aha ach so ein lauch so ein lauch wie soll ich das jetzt verstehen das erklär mir mal zu viel herz als ob herz wer braucht denn sowas äh oh nö hier geben sich gerade mehrere Wege aber das ist eine Sack eine Sackgasse okay nicht so schlimm das hier ist auch nichts zum aktivieren da ist der fiese Ventilator dann haben wir doch nur einen Weg also das Spiel gaukelt eine mehrere Wege vor hin und wieder aber es gibt dann doch nur einen einzigen und das ist auch für meinen Orientierungssinn eigentlich ganz gut so das hier könnte ein Herz sein übrigens zu viel großes komisches Herz wobei dann dieser Organismus hat mehr als ein Herz ja kann auch sein was soll's sei ihm gegönnt Metalheart jawohl das trifft dann vielleicht schon eher gar nicht lustig übrigens vor allem wir tanzen Pikachu dazu aber gut ja ich bin Popcorn Fan was soll ich sagen schuldig im Sinne der Anklage so und hier ziehe ich drei Nabelschnur raus ja ich kann mir sogar aussuchen welche und damit offenbar tatsächlich die aktiviere ich beeinflusse ich den Ventilator einer steht still okay die besiehnung steht glaube ich gerne durch wenn die richtig stehen bleiben sieht auch so aus als wenn die übereinander stehen bleiben dann ist das ja easy hab ich mir fast umsonst Sorgen gemacht ich kann nicht hört Katze oh über mir cool das hab ich jetzt doch nicht gedacht kann mich auch nicht wehren vielleicht muss das auch so was bin ich für ein Vieh ich bin jetzt offenbar 004 übrigens freigeschaltet äh jetzt wachsen mir Beine und Arme aus dem Bauchnabel ist ja widerlich aber ich hab eine Waffe wieder wie es aussieht okay ich bin jetzt ein Alien-Mensch Katzen-Hybrid ja ich bleibe dabei ich bin eine Katze ja gut was ich jetzt hier mit aber mache weiß ich trotzdem nicht aber gut ich kann ja jetzt durch den Vantillator durchgehen höchstwahrscheinlich das wäre ja ich häng fest wäre ja wahrscheinlich ein Anfang hier konnte ich ja nichts machen ich meine bloß weil dann gehe ich durch den Vantillator genau Katzen-Smiley passt perfekt perfekt aber ist doch eng ist doch eng hier aber ich bin jetzt geschmeidig wie eine Katze siehst du das hat alles Sinn und das ich denke mir das nicht vorher aus ich weiß es einfach diese Dinge die kommen so zu mir zugeflogen ich bin eine Katze ich müsste auch hier durchkommen als Katze okay vielleicht nicht ganz ich habe auch eben gerade erst von der Aufnahme gegessen also ich bin ein bisschen schwerer als sonst ein bisschen dicker ist das glaubwürdig ja ja finde ich schon äh habe ich schon mal das Copy and Paste Design erwähnt ja geh selber kacken ich muss hier einen Stream machen Mensch läuft so nicht aber das ist mein anderes Gerät wieder hier äh ja verdammt ich wollte egal hier jedenfalls wenigstens sehr langsam ist erwischt da war er habe ich dich wer hat er kann was habe ich jetzt bewirkt ich hätte ja echt gern ein bisschen mehr Feedback vom Spiel bei Dingen die ich tue und was sie bewirken gut das ist hier ein nächster Lift er war ja vorher nicht frei gewesen ich weiß ja nicht genau ich benutze den Lift was habe ich auch für eine Option gerade oder oh nach unten okay ich dachte es geht nach oben wo ist denn der Ausgang da hallo ist jemand da ah ich lasse mich impfen lang nicht gemacht überraschend weh du Idiot das wäre es das erste Mal ganz im Ernst flatsch jetzt habe ich eine Assassin's Creed Klinge das Stream ist nicht superflüssig aber er ist zumindest nicht gestampelt das ist auf jeden Fall ein Fortschritt möchte ich behaupten immer noch ohne ruhig rausrutsch zu haben und so brauchen wir es halt aber laut Rechnerauslastung plus laut OBS und so weiter läuft hier alles superflüssig und super megamäßig im Rahmen also echt absolut unter jeglicher Belastungsgrenze es müsste viel flüssiger kommen oh komme ich jetzt da ran vielleicht ne die mögen da keine Katzen hier weiter schon also ja gut geht auch nicht mehr jetzt müsste man sich nur noch erinnern wo ich hin muss um diese das Kontrollfeld zu bedienen was ich jetzt bedienen kann muss ich da jetzt weitergehen oder muss ich jetzt Labyrinthdesigns voll mein Ding ah shit richtig meine Welt gut aber es gibt scheinbar wenigstens bloß einen Weg also ist das vielleicht gar nicht so schwer vielleicht mache ich es mir schon wieder schwerer als ich es sein müsste es ist gab es hier auch so ein Gerät ne das war was das hier wobei jetzt kann ich hier vielleicht mehr ausrichten als beim letzten ich probiere es einfach mal weil ich es bewegen kann und weil wenn ich klar bin ich habe hier irgendwie ein bisschen mehr ah ich wollte es gerade sagen ja fortshit heute jetzt mal Freeza am Werk ah Freeza ist ein Arsch Freeza 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 ja coole Freeza Song ich wollte gerade sagen ich habe ein paar Sachen gesammelt hier und jetzt schaffe ich offenbar ein paar mehr von der Sorte ich habe ja alles drumherum ich brauche noch einen auf dem Sinti dann kriege ich alle vier bewegt und dann bin ich fein raus und dafür muss ich schätzungsweise die Kontrolltafel erst bedienen die ich erst fand und die ich bedienen konnte Betonung liegt auf Wiederfinden was für ein krasser Ladefehler diesmal nur toll toll ruckeln toll naja teil ups die Dreck rutschen rutschen ruckeln ne ist schon gleich ich habe es verstanden also es ist denke ich mal deutlicher Fortschritt zum letzten Mal aber besser geht es trotzdem noch bin ich hier im Rundgang gefangen hier auch hier war ich vorhin aber nicht und wenn doch ist der Eingang der Weg jetzt verschütt ich komme hier nicht mehr lang toll einmal umsonst gejoggt na gut man joggt ja niemals umsonst die Funde purzeln mit jedem Kilometer ich glaube ich habe hier schon ein paar hinter mich gebracht aha ja ist echt nichts hier lohnt sich lohnt sich totalumente ich komme doch gerade von da ich will mich das Spiel dann verarschen hier ist oder warte ich bin hier mit dem Lift nach oben und da oben war das Gerät oder ach ich habe keine Ahnung mehr es ist schon es ist schon voll lange her aber es wird zumindest erklären dass ich jetzt oben hoch muss dass hier auch diese anderen Schalter sind um den Lift zu rufen weil bisher musste ich ja nicht rufen die war ja einfach da also das ist schon so ein Hint würde ich sagen H-I-N-T Video-Status 8M bis ja OBS sagt 6 Genüge so sieht es aus am Arsch meine ich habe ja 8 aber eingestellt ich habe auch also jetzt total die Meta-Ebene für euch bei OBS steht gerade bei mir oder Stand oder gut was soll's jetzt ist es bei 7.000 jetzt habe ich gerade 9.770 KBS jetzt sind es 7.000 jetzt wieder 9.000 also ich lade schon mit mehr als den angeblich maximalen 6.000 von OBS das er selbst bloß frei gibt hoch oder was heißt ja ist ja hochladen klar aber offenbar ist er doch nur teilweise oder sporadisch mag aber sein dass diese Schwankungen gerade daran liegen Quatsch dass das der Grund dafür ist dass das Bild so hakelig ist weil das eben ein Flackern ist ist ja wie bei FPS wenn die zwischen 30 und 40 und 20 springen merkt man das auch eigentlich ziemlich stark je nach Charakter es gibt ja verschiedene sensible Typen dafür aber im Großen und Ganzen mag das dafür verantwortlich sein dass hier keine konstante Hochladerate anvisiert werden kann warum auch immer naja wie dem auch sagen ich bin froh dass es überhaupt generell funktioniert und ich habe hier echt nur zwei ah ok rechts alles klar aber wenn dann muss es links sein oder aber im Rechten davon also im Mittleren von hier aus gesehen aber ich glaube es war an der ersten Stelle gewesen doch ich bin mir ungefähr zu 99,7348% sicher jawohl 7348 das ist es nicht da ist es dann 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 genius ich habe ins geheimen äh Gehirnjogging gemacht ja äh aktivieren mir fällt mir nicht ja ja äh nächster weiß nicht was es bewirkt aber es scheint mich nicht weiter zu bringen nein doch das ist ok ich habe warte kann ich hier was ah alles klar oh langer Text och Mensch fake kardol will die damit sagen dass ja das sind keine echten das ist richtig ähm ich meine ich könnte ja auch tatsächlich äh weniger als 1080p es wird mir ja schon beim ff7 Remake Stream quasi empfohlen also ich auch ich glaube was war das mit 900 runtergehe 100p Auflösung das wird ja auch schon reichen wahrscheinlich weil Twitch ist ja nicht YouTube da ausgespielt wegfrei gemacht das heißt auf Twitch brauche ich ja nicht so extrem gute Qualität um also so extrem hohe Auflösung um gute Qualität zu haben bei YouTube hast du ja das Problem dass du mit einer ganz normalen Full HD Auflösung einen scheiß Codec zugewiesen bekommst und das Video entsprechend ganz ganz crappy aussieht was ja jahrelang mein Problem war und ich ja auch nicht ändern wollte weil die Renderzeit bei höheren Leistungen Videos natürlich extrem nach oben geht was ich ja jetzt erst seit einem halben Jahr oder so dank dem neuen Render Tool deutlich reduzieren konnte und überhaupt da erst in der Lage war 2k Auflösung und 60 FPS gleichzeitig in gescheiter Zeit zu rendern und nicht in 5 Stunden für 15 Minuten sondern eher 40 Minuten was immer noch recht viel ist wenn man das so überlegt aber eine humane Zeit mit der ich klarkomme ah das letzte Gerät ja eben bei YouTube ja auch Videos schadegemäß lange äh echt jetzt lange speichert und Twitch ja immer recht schnell wieder alles löscht wobei ich nicht genau weiß ich kenne mich mit Twitch ja echt nicht so sehr aus na wo bleibt er stehen da äh wenn man hier Partner ist und Bekannter und eine größere Größe auf Twitch dann werden die Videos ja glaube ich auch ich weiß nicht ob dauerhaft aber auf jeden Fall längerfristig gespeichert weiter oder ja das war ein weiter so jetzt habe ich es voll aufgeladen und jetzt kommen die Endgegner auf mich zugelaufen pass auf nein doch nicht gut schön fein jetzt müsste ich nur noch den Weg zurück finden aber ich glaube das schaffe ich sogar mit ein bisschen Glück da 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 aber ich habe jetzt eigentlich die Wahl ob ich den Weg zurückgehe oder war es vorher auch schon so gerne oder den anderen ob ich den gleichen Weg zurückgekommen bin mit der Einfachheit halber es müsste warte ich bin links es müsste hier dieser sein oder ja müsste er äh dauerhaft weißt du nicht okay ja ja Partner am Vorteil vielleicht werde ich auch mit irgendeinen Partner bei Wolfram Wolfram und Co das wäre toll mhm tolle Emotes gut die betreffen mich persönlich ja nicht denn ich schreibe sie ja nicht ich habe ja den Chat nicht für mich ich bin ja bloß der arme Typ der hier streamen muss aber Emotes sind immer ganz geil habe ich mir sagen lassen da gibt es so ein paar Leute draußen die haben den Fable für Emotes ich weiß gar nicht warum aber doch ist schon cool kann man machen so da wären wir angekommen ich höre Geräusche die verdächtig wirken aber das mag bloß mein Gefühl sein das mich wieder mal trügt wer weiß wer weiß aber für den Moment würde ich sagen drehen wir mal alle vier Eierstöcke runter ist eine Eierstöcke oder also ist doch kein Herz das ist eher ein Eierstöcke ja ihr könnt gerne schreiben was sonst ich denke das ist genau das faszinierende Gerätschaft hier muss man ja sagen kreativ ist das Spiel allemal da wird mir gerade oben bei OBS was eingeblendet da habe ich gerade ein paar mal hingeguckt habe ich bemerkt gerade da stand oben links unten links also von mir aus oben aber auf unter dem Bildschirm ähm Kodierung überlastet okay war vielleicht auch ein kleiner hinterher aber war gerade der Stream frage ich mal so in die Runde hat er gerade gehackt wie besonders oder so das schon wieder Kodierung überlastet er wegen sich hat Videoanstaltungen zu verringern okay oder schnellere Enkoderverbindung erster Kommi sagt 60 Tage okay na gut whatever ich mache eh mal alles auf YouTube drauf also das ist kein Problem deswegen rendere ich ja nebenbei was ja auch viel leichter Teilproblem ist dass es hier nicht ganz so flüssig läuft jetzt mehrere Schnittstellen wahrscheinlich oder äh nein äh nein äh äh nein äh warte ich hab ja das hier noch ich meine ich hab immer noch die Option ich rendere ja nebenbei und streamen gleichzeitig nebenbei gleichzeitig voll gut oder äh mit dem Nvidia Envenc zwei 64er und wenn ich streamen auf nur den normalen 64er mache soll das ja auch ein bisschen entlasten das wäre auch noch eine Option würde ich vielleicht für die nächste Aufnahme heute den zweiten Teil mir mal versuchen gucken wie es funktioniert aber dennoch bin ich ja generell wie gesagt schon glücklich dass es generell überhaupt funktioniert gerade ähm auch nicht das ist ein bisschen fummelig das ganze so schön doof nö 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 Ich brauche den ja auch noch da eigentlich. So. So, jetzt aber. Geht doch. War voll einfach. Easy. So. Ich bin so ein Scorn. Jetzt kann ich die Blubberblase zerstechen. Oh. Vielleicht soll ich es nicht, aber. Dankeschön. Es juckt mir in den Fingern. Soll ich ihm die Birne wegpratzen oder soll ich es nicht? Schreibt es in die Kommentare schnell. Ich kann es nicht halten. Schnell. Schnell. Gut, ich habe sogar die Auswahl. Komm. Machen wir, oder? Ich warte nicht ab. Ich mache es einfach. Drei. Zwei. Zweieinhalb. Ne, 1,5 eigentlich. Was ich immer tue. Okay. Ach, verdammt. Oh. Da wurde die Spannung so nach oben gesteigert und dann. Pustekuchen. Na ja. Machen wir dieses hier. Blödes Spiel. Ah, ein Telefon. Mit Kabel. So was gab es damals. April, April. Mitten im Oktober. Läuft. Töten, 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 töten. Oh, man speichert es alle. Mal, mal, Hilfe. Ich hoffe, er ist tot. Bist du der Einzige? Sind das? Ich glaube, er ist der Einzige. Da waren noch eh noch andere. Hä? Was sind die hier? Ich kann deinen nackten Pöker sehen. Schäm dich. Ähm. Okay. Ähm. Okay, komme ich jetzt hier rein? Nein. Ist das eine Brutkammer? Bin ich auch, ist das wesentlich repräsentiert. Ah, das sieht so eklig aus. Was ich repräsentiere, vor allem habe ich jetzt. Mein dritter Arm, der mir aus der Brust, aus dem Bauch irgendwie wächst, der hält das Ding fest. Das finde ich ja hammer. Gut, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich habe eben noch Gerät mehr gehabt, aber wahrscheinlich hat das dann auch. Ah, das ist ja lustig. Ich muss öfter mal mir runtergucken. Das klingt falsch, aber ich muss es trotzdem tun. Egal, was mache ich jetzt, ist die Frage. Was ist jetzt passiert? Kann ich hier noch was machen? Natürlich nicht. Was hat das denn bewirkt? Außer, dass dieses Vieh gestorben ist. Öffne dich. Jetzt im Ernst, was soll ich jetzt machen? Ich habe dir aufgepasst. Ich habe Dinge getan und auf den Wild eingestochen, statt zu gucken, ob sich was bewegt hat, außer diesem Typen selbst. Ach, toll. Kann man hier immer nichts machen. Stich. Stich. Ladehemmung. Ich habe keinen Plan. Ich gehe mal nach oben. Ich muss bestimmt nach oben. Oben ist immer gut. Und ist was passiert im Ding, sondern ist oben auch was passiert, ne? Ruhe. Komme ich hier jetzt lang? Nein, nicht. Ach, toll. Was soll ich jetzt? Ich brauche eine Minimap. Ich brauche irgendwie Objectives. Ich brauche Zielmarkierungen. Ich bin zwar eigentlich ein Geburtshelfer-Sefi. Also kann man das auch nennen. Auch wenn er eher gestorben als geboren aussieht. Oh, warte. Komm ich. Kann ich daran runterlaufen? In die Mitte rein? Sieht von hier oben so aus. Habe ich unten nicht probiert. Ich gehe nochmal runter. Vielleicht geht das, ja. Bestimmt. Nee. Nee, geht nicht. Aber um ganz sicher zu sein. Ich weiß nicht. Aber das stimmt gar nicht. Aber ist egal. Prübi ich es von jeder Position aus. Sicher, 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 sicher. Ich schiebe es auf. Nee, ich glaube, ich kann nichts weiter hier machen. Aber Wartenstück. Könnte das Öppel-Döppel so ein Stück sein, was auf so eine Tür passt, die ich sonst nicht öffnen kann? Hat ja ungefähr das Muster, oder? Also muss ich gar nicht keinen Mechanismus bewegen, aktivieren, sondern ich muss bloß die Scheibe holen, um eine Tür zu öffnen. Das kann natürlich durchaus sein. wenn ich jetzt generell durch diese Türen durchkomme. Jetzt müsste man natürlich bloß nur so eine Tür finden. Das ist ja schon optimal. Und da sehe ich eher schwarz gerade. Aber probieren geht über alles andere. Also bitte. Wir schaltern mal eben. Ich muss ehreitig gehen ganz links. Ich hoffe, da ist was mit der Tür. Und das ist überhaupt der richtige Ansatz gerade. Das kann ich ja alles nicht wissen. Da wird man sauer bei sowas. Tür. Tür, Tür, Tür. Oder... Ne, das war ja was zu dem anderen Gerät. Das heißt, ich kann jetzt was Neues machen. Nein, kann ich nicht. Ah, war bei. Aufgrund mangelnder Alternativen, was soll ich machen? Ich will hier wieder was machen. Oh, geht's. Ah, ja, brauche ich gar nicht. Klar, ich kann das so oft fluten. Ich will aber, es hat, glaube ich, keinen Sinn mehr. Ich habe ja alles freigeschaltet. So. Und nochmal zurück. Welch ein Glück. Welch ein Glück. Welch ein Glück. Hey, du da. Im Radio. Von ganz rechts komme ich. Den zweiten Weg wähle ich. So. Ganz. Der andere Weg will es nicht gewesen sein, denn... Da kam mir jetzt zum Schluss erst hin. Und ich meine, die Tür war vorher. War hier eine Tür? Stimmt, oder? Orientierung ist mein großer Vorteil. Ich bin so gut im Orientieren. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Ah. Hier ist nichts. Und hier ist auch Sackgasse, oder? Ja, ich will nur mal... Ja, ich will mein Elend nochmal von Nahem betrachten. Ich muss es berühren, um es glauben zu können. Es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich. Äh, 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 äh... Oben war der Tele... Der Transportgerät. Schön hell da oben. Ob ich da was machen kann. Nö. Ja, war ein Versuchwert. Wo ist mein... Wo ist... Ach, da. Pass auf. Folgendes. Ich bin grad schon wieder volle Kanne. Total... Total... Hyperaktiv. Ich muss ein bisschen runterkommen. Bisschen entspannen. Das läuft von ganz alleine. Was ist das hier? Hat der sich das schon benutzt? Egal. Hier müsste Tür sein. Ja. Ja. Oh. Ach, das ist eine Fernsteuerung. Ach so. Das ist noch was anderes. Jetzt hab ich meine ganzen Arme draußen. Vor allem, das Vieh, das in mich reingeschülpft ist, das sah nun gar nicht so aus wie jetzt zwei Arme. Es war eine Katze. Es war eindeutig eine Katze gewesen. Und jetzt hab ich hier... So kann man kreativen Inventar in einem Spiel gestalten. Das hab ich so auch noch nicht gesehen. Aber jetzt muss ich sagen, liegt die Vermutung doch recht nahe, dass ich tatsächlich in der Anfangsstruktur wieder drin bin und jetzt auch ein bisschen Backtracking betreiben werde, auf kürzere Sicht gesehen, und dann die Türen eben doch öffnen kann, in die ich nicht reinkam. Wer weiß. Also ich schätze mal, die Spielentwickler wissen das, und die Spieler, die es gespielt haben, wissen das. War eine rhetorische Frage. Halt die Klappe. Äh. Das kommt mir in der Tat bekannt vor. Das ist tatsächlich das, wo ich schon mal war. Ich bin... Also ich hab's heute schon mal gesagt, aber ich kann's auch nur immer wieder mal sagen. Genius. Okay, ich bin vielleicht ein bisschen vorschnell. Das sieht jetzt doch ein bisschen anders aus. Wenn's aber der gleiche Ort ist, könnte ich meinen Kumpel wiederfinden, wenn der noch lebt. Ich hab ihn ja, weiß nicht, zum Sterben zurückgelassen oder was? Ja, Katzenpower. Aber egal. Ich glaub, das ist der Anfangsort und ich komm jetzt mit meinen tollen Gerätschaften hier rein. Das ist mega müßig. Das heißt, ich wurde ganz schön weit weggeschleppt von meinem Ursprungsdinges. Und diese große Wand war also gar nicht das, wo ich drinnen war. Wenn das da alles... Ich meine, es sieht so aus, als wenn es so wäre. Also wo war ich dann? Was war diese riesige Wand da draußen? Wurde mein Raumschiff oder was auch immer das Designsort von einem noch größeren irgendwas geschluckt? Von einer Dyson-Sphäre oder sowas vielleicht? Nicht, dass eine Dyson-Sphäre jetzt irgendwie jemanden verschlucken würde, aber rein von der Größenordnung her. Ich glaub, mir geht's nicht so gut. Aua. Ja. Sag doch Aua. Und dann hab ich jetzt meine... Okay. Er hat die Fernsteuerung weggeschmissen oder aber in meine Innereien gesteckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, denn ich seh sie nicht mehr. Und ich hab's dir gerade in der Hand gehabt. Das hätte also runterfallen müssen. Wahrscheinlich steckt es jetzt in mir drin. Schön. Stell ich mir gemütlich vor. Schön warm da. Die ganzen Organen zusammen. Lecker. Was das hier ist? Keine Ahnung. Irgendwas. Ja. Ich guck nur mal ganz fix wieder, weil ich so neugierig bin. Immer noch 2-2. Hätte ich nicht gedacht. Ich war recht sicher, dass ich jetzt schon den zweiten Spielstand, den Speicherstand irgendwie wieder habe, aber nein. Das ist wiederum deprimierend. Zumal ich hatte auch zwei Erfolge und hatte, glaub ich, schon, und dann nicht gespeichert wurde. Okay, ich komm trotzdem noch da rein. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt hergenommen hab. Ach, da ist er wieder. Aber ich hab ein großes Loch in der Brust. Ja, das bin ich für den vielen. Wieso ist das so, wie es sich rafft? Das nicht. Das ist auf jeden Fall da, wo ich angefangen habe. Oh ja. Der ganze Ärger, um hier wieder zu starten. Da freut man sich ja. So spart man natürlich mächtig Aufwand beim Entwickeln von neuen Gegenden und so weiter. Ist auch klar. Aber ich würde mal eben hier rauf. Immer noch nicht. Pass auf, ich spiele noch ne Minute oder zwei. In der Hoffnung, dass gespeichert wird. Und dann gibt's aber die übliche Aufnahmepause. Und danach noch gute 50 Minuten oder mal gucken. Wer hat da ein bisschen mehr? Falls ich mehr brauche, wer weiß. Gespeichert werden sollte ja schon idealerweise. Und ja. Aber so weit, so gut. Ich mach Fortschritte. Was ich nach der ersten Spielstunde hier im Spiel überhaupt nicht hab kommen sehen. Das ist doch schon was. Und so bekannt, wie was hier gerade alles vorkam, so unbekannt ist es jetzt. Hier kam ich... Hier bin ich aufgewacht, oder? Sieht so ein bisschen danach aus. Oh, da hinten. Ich muss mich konzentrieren. Dann war aber der Weg, den ich anfangs gegangen bin, gerade versperrt. So. Fahrstuhl fahren. Bitte dabei speichern. Und danach gibt's. Der fährt auch nach Hause. Oh. Okay. Da ist die Tür. Komm schon. Was? Wir fahren ganz schön tief. Hm. In den Erdkern. Wenn man das Erde nennen kann. Pass auf. Am Ende ist es ein typisches Post-Apokalypse-Spiel, nachdem man von Aliens liberant wurde oder sowas. Und ich bin die ganze Zeit ein Mensch. Und die ganze Zeit auf der Erde. Was ist hier los? Muss ich was machen? Hm. Ich guck mal hier auf. Nicht gespeichert. Sei es drum. Liebe Leute, das war erstmal der erste Teil für heute. Wir machen eine 10-minütige Pause und dann geht's direkt weiter ins Scorn. Hoffentlich mit dem baldigen Speicherpunkt und danach mit einem weiteren baldigen Speicherpunkt. Naja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.